hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen video nach einigen monaten zurzeit haben wir alles leer gemacht und weitgehend entkernt und jetzt werden wir die bäder entkehren ich habe schon mal angefangen das muss jetzt komplett aus einschließlich die Zwischenmauer hier kommt später die Dusche, Toilette und Waschbecken rein und jetzt werden wir die Zitzen Das war's. 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 Ja, jetzt haben wir alle Wände vom Trockenbau und vom Styropbau befreit. Die Mauern, die Zwischenmauern sind neu weg. Jetzt kommt der Boden jetzt aus. Das war's. 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 Ich habe jetzt das dritte Bad komplett entkernt. Bis zur Betonmauer. Alles weg. Unglaublich wie viel in einem 5 Quadratmeter Bad so viel Schutt rauskommt. Schaut euch das an. Es sind wieder einige Tonnen zusammengekommen. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Schaut euch das an.